Hallo, mein Name ist Tobi, bin 18 Jahre alt und mache bei Eggers meine Ausbildung als Kanalbauer. Seit klein auf an war ich so maschinenfixiert und dann war es halt natürlich klar, dass ich dann in irgendeinem Bauberuf möchte. Ja, die Arbeit, die ist vielfältig. Ich habe jeden Tag generelle Aufgaben. Rohre legen, Schächte setzen und Hausanschlüsse vorbereiten. Also sauber geht man nicht nach Hause. Ich bin eigentlich gerne draußen. Es ist schön angenehm, nicht drinnen im Büro. Man müsste auf jeden Fall teamfähig sein, körperlich belastbar, zuverlässig. Man muss Verantwortung übernehmen. In den ersten zwei Wochen, die ich hier war, wollte mir so viel geholfen, habe hier gelernt und jeder hilft jedem. Nicht nur mein Ausbilder ist für mich zuständig, sondern auch meine Arbeitskollegen. Wir machen eigentlich alles im Team. Ohne Team geht eigentlich gar nichts auf der Baustelle. Auf jeden Fall möchte ich bei Eggers bleiben. Man wird hier gut aufgenommen. Ich bin eigentlich bei Eggers bleiben.